Hallo, ich bin die Andrea und ich arbeite als Personalleiterin bei der ITM. Zuvor war ich 15 Jahre lang in zwei anderen Biotic-Unternehmen tätig, muss aber sagen, ich habe hier die Herausforderung gefunden, die ich gesucht hatte. Der größte Erfolg war bislang, dass sich die Mitarbeiterzahl bei der ITM verdoppeln konnte. Ich habe selten so viele motivierte und hoch engagierte Mitarbeiter getroffen. Wir haben wirklich eine Mitarbeiterschaft, die von Spezialisten und Experten geprägt ist und die Leute wollen etwas bewegen, etwas gestalten und schließlich dient das ja auch einem guten Hörenzweck. Privat mache ich auch Sport und mein ganz großes Hobby war früher und es ist bis heute der Eiskunstlauf. Ich habe täglich trainiert, viele Stunden nach der Schule und man ist um einiges organisierter, strukturierter, meine ich, schneller. Also ich kann sagen, dass wenn da auch stressige Tage sind, dann schreckt mich das nicht, weil ich habe das schon immer gehabt und es spornt mich eher auch an, dass wenn da eine Herausforderung ist, dass ich die auch gerne annehmen möchte. Und ich glaube, das ist schon was, was man auch durch den Leistungssport lernt. Mich spornen Leute an, die wirklich aktiv was bewegen wollen. Als ich zur ITM gekommen bin, hat mich das Leitmotiv wirklich persönlich angesprochen, weil genau das auch mein Arbeitsstil ist. Ich möchte immer möglichst professionelle und genaue Arbeit leisten. Da ist es mir sehr wichtig, dass wir auch in der Personalabteilung unser Leitmotto hier, Passion for Precision, auch leben. Ich kann die ITM immer als eine Art Motorboot beschreiben, wenn ich da einen Vergleich suchen möchte. Denn die Geschwindigkeit bei uns ist eine der wichtigsten Merkmale. Wir wachsen stark, wir haben diese wahnsinnig vielen Projekte, dieses interessante Umfeld und wir sind sehr, sehr ehrgeizig und ambitioniert. Und das ist toll, dass man dann auch in der Firma mitkriegt, dass es Menschen auf der ganzen Welt helfen kann. Und das ist toll, dass man dann auch in der Firma mitkriegt,